Jetzt auch wieder hier, der Startführer steigt aus, er sieht sofort, Brand bestätigt, Rückmeldung an die Leitstelle, Brand bestätigt, Brand begrenzen, einleiten, es ist derzeit nicht bekannt, dass Personen in dieser Wohnung sind. Die Kollegen beginnen sofort, den Brand aufzubauen, den Brand aufzubauen, Entschuldigung, die Wasserversorgung wird sicher gestört, über einen Duraten zum Fahrzeug, der Landeskumpf, mit schweren Atemschutz ausgerüstet, geht zum Brandraum vor, wird Feuerwehrabstrahlrohr und alle wichtigen Material ausgestattet, geht es dann los.